Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Videoreihe der Catrice Sortiments Updates Woche. Freunde, ich musste mich lange, lange zurückhalten, um euch die neuesten Produkte des Catrice Sortiments Updates 2022, Herbst, Winter, noch nicht zu zeigen. Denn mich haben die Produkte schon vor einigen Tagen erreicht, aber ich habe mich an die Abmachung mit Catrice gehalten, dass ich sie euch erst zeige, wenn Catrice mir das Go gibt. Und heute ist es soweit, wir starten mit dem ersten Teil einer dreiteiligen Videoreihe. Wir machen das Ganze so wie letztes Jahr. Heute dreht sich alles um das neue Catrice Sortiments Update Gesicht. Und ich habe vor mir liegen Produkte, die spannender nicht sein können. Und ich bin ganz gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich weiß nicht, wann die Produkte genau rauskommen. Ich denke mal, in den nächsten Tagen, Wochen wird sich das Sortiment in der Drogerie ändern. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, in einigen Filialen gehen auch einige Produkte bereits raus. Die Produkte sollten aber alle in den nächsten Tagen online auf jeden Fall schon und dann auch in den nächsten Wochen in der Filiale sein. Und ich bin ganz gespannt, wie die Produkte performen. Optisch habe ich ein paar Produkte schon gesehen und dachte mir so, What happened? Was ist mit Catrice passiert, dass sie so abliefern? Aber wir werden das Ganze in dieser Woche herausfinden. Falls ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal jetzt einmal abonniert und auf Gefällt mir drückt, dass ich weiß, ob ihr den Teil 2 und Teil 3 auch noch sehen wollt. Ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit dem Video. Let's go! Für mich ist es ja immer, ich warte ja eigentlich ein ganzes halbes Jahr immer darauf, dass die Marken ihr Sortiment ändern, weil macht das immer so viel Freude, die neuen Sortimentsprodukte zu testen und vorzustellen. Ich habe gesehen, dass einige Videos schon online gegangen sind, warum auch immer. Aber wir probieren sie heute direkt aus. Und wir haben hier Produkte, wo ich glaube, das könnten neue Favoriten werden. Als ich das eine Produkt gesehen habe, habe ich so gemacht. Da habe ich mich gefreut. Da habe ich mich wirklich tierisch gefreut. Ganz, ganz wichtig. Die Videos sind nicht bezahlt. Ich habe die Produkte von Catrice zur Verfügung gestellt bekommen, weil sie wissen, dass sich die Sortimentsupdates-Videos immer sehr, sehr gerne machen und sie bei euch auch sehr gut ankommen. Und ich so eine kleine Anlaufstelle für euch auch bin, wenn es um Sortimentsupdates geht. Und ich bin auch, glaube ich, der Erste, der sie wirklich in der Hand hat, um sie euch zeigen zu können. Deswegen bin ich da natürlich dankbar. Aber sie sind nicht gesponserte Videos. Das heißt, es fließt kein Geld für diese drei Videos, die hier kommen. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch mit so ein bisschen Skincare. Tatsache habe ich mir gedacht, dass ein bisschen mehr reinkommt. Aber die Theke hat sich ja im letzten Jahr schon ziemlich stark geändert. Und wir haben einige Catrice-Skincare-Produkte bekommen. Und wir haben hier ein Glow Skin Renewal Toner mit 5% PHA, 3% AHA und 15% organischem Aloe Vera. Das Produkt soll eine glowy und ebene Haut in sieben Tagen erzeugen. Und ich lese euch einfach kurz vor, was da drauf steht. Ich werde das jetzt nicht benutzen. Ich stelle es euch erstmal einmal vor. Mit PHA, Gluconolacton. Das ist ganz spannend, wenn ihr wirklich zu trockener Haut neigt oder zu Haut, die nicht so schön mit Make-up aussieht. Dann könnte das vielleicht was Gutes sein. Werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen testen. Ich teste aber gerade eine andere Skincare-Reihe. Deswegen will ich das nicht da mit reinmischen. Sieht aber sehr, sehr spannend aus. Dann gibt es ein Produkt, was auch sehr spannend ist. Das ist ein Pore Blemish Control Serum. Das ist für die Nacht extra gemacht mit 2% BHA und 2% AHA. Das soll wirklich für punktuelle Anwendung auch gemacht sein. Also wenn ihr einen Pickel habt, der sehr, sehr ausgebrochen ist oder so, wo ihr schnell eine Lösung haben wollt, ist das immer ganz gut. Kommt in eine Papierverpackung. Ich muss auch sagen, das Packaging des kompletten Updates ist nicht schlecht. Hat hier eine kleine Flasche. After 14 days reduced blemishes and impurities and more even skin. Ist selbstverständlich auch vegan und ohne Parabene, ohne Alkohol, ohne Duft. Sieht süß aus. Auch das habe ich jetzt persönlich noch nicht getestet. Werde ich auch jetzt nicht testen. Daher kriegt ihr dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein Update. Was ihr aber machen könnt, wartet auf jeden Fall die nächsten drei Videos ab und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn euch ein Produkt auffällt, wo ihr sagt, Maxim, das hast du mir zu wenig gezeigt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sammle das und in den nächsten Wochen mache ich dann wirklich nochmal ein Full-Face-Neuheiten-Update. Hier haben wir schon das erste Produkt, was wir auch gleich benutzen werden. Und das ist der Hydro Protect Melting Moisturizer. Was für ein Name. Der hat Hyaluronsäure mit drin. Ein feuchtigkeitsspendenden Komplex. Ceramide. 72 Stunden Hydrating and Strengthening. Die Hautbarriere. Ich habe ihn gestern schon mal so ein bisschen geswatcht. Und ich muss sagen, die Textur ist ganz verblüffend. Es sieht erstmal aus wie eine Creme. Es fühlt sich aber gar nicht wie so eine typische Creme an. Weil ihr seht, es macht nicht so einen cremigen Film, sondern wirklich wie so eine Salbefaschung. Und ich habe sie gestern schon auf meiner Hand aufgetragen und fand es eigentlich ganz spannend, weil sie wirklich nicht diesen fettigen Film hinterlässt. Also wenn ihr zu einer öligen Haut neigt, ist es ja oft immer so, dass man sich dann nicht traut, feuchtigkeitsspendende Produkte zu nutzen. Ist aber falsch. Wenn ihr eine trockene Haut habt, empfehle ich euch Feuchtigkeit. Ich verstehe aber den Gedanken dahinter, dass ihr dieses ölige nicht mögt. Das habt ihr hier gar nicht. Ihr kennt das, wenn ich Produkte benutze in den Videos, die Feuchtigkeitsspendend sind. Danach siehst du es meistens immer. Das siehst du hier nicht. Was man aber sofort merkt ist, sie zieht sofort in die Haut ein. Und die Haut sieht auch recht prall aus, obwohl sie nicht so schlierig aussieht. Das ist wirklich ganz spannend. Und ich bin gespannt, wie das Make-up auch gleich drüber funktioniert. Haut fühlt sich sehr, sehr gut an. Dieses spannende Gefühl oder das gespannte Gefühl der Haut im Gesicht, wenn ihr euch abgeschminkt habt, das funktioniert damit, ist danach tatsächlich sofort weg. Könnte ein Favorit werden, so vom ersten Eindruck her. 72 Stunden Feuchtigkeitsspendend. Ich werde mich in 72 Stunden mehrfach gewaschen und wieder neu eingecremt haben, aber die Idee dahinter ist gar nicht schlecht. Auch hier keine Duftstoffe, kein Mineralöl, keine Parabene, ist glutenfrei und fragrance-free. Und dann, Freunde, gibt es noch ein weiteres Produkt. Passend zum Hyperhydro Skin Tint gibt es jetzt auch ein Serum Primer. Das kommt in einem Glasfläschchen und fühlt sich auch sehr, sehr hochwertig an. Generell habe ich in den letzten Jahren ja schon gemerkt, dass sich das Packaging immer weiter verändert hat. Und auch immer noch ein Stückchen hochwertiger aussah. Das ist mir schon aufgefallen. Muss man auch für nicht lobend bewerten. Das ist ein Handrating, ein Feuchtigkeitsspendendes Serum Primerchen. Frische Formulierung mit Hyaluronsäure. Anwendung morgens und abends zwei bis drei Tropfen auf die gereinigte Haut auftragen und sanft einmassieren. Also man kann es tatsächlich wohl auch als Skincare-Produkt benutzen. Wir probieren es jetzt einmal aus. Ist von der Textur her so ein typisches Hyaluronsäure-Serum. Die Viskosität ist recht hoch. Es zerfließt nicht. Wahrscheinlich hätte ich das sogar vorher einmal auftragen können. Aber hier seht ihr jetzt diesen Unterschied. Die Haut reflektiert gleich im Gegensatz zur Stirn. Da ist sie nicht mattiert, aber nicht so speckig. Finde ich gar nicht schlecht. Vor allem jetzt, wenn es so Richtung Herbst, Winter geht. Ist so eine Feuchtigkeitsspendende Grundierung ja eigentlich immer ganz gut. Auch hier keine Duftstoffe drin. Das ist ja bei euch immer ganz beliebt. Mir persönlich ist das eigentlich egal. Ja und jetzt seht ihr, das ist das, was ich meinte. Dieser Glow macht das Produkt. Das hier definitiv nicht. Also wenn ihr zu einer öligen Haut neigt, könnte das ganz spannend sein. Und jetzt Freunde, ich hoffe ihr sitzt. Wahrscheinlich sitzt ihr alle. Ich habe die Produkte ausgepackt und sie waren schon so ein bisschen sortiert. Das eine Produkt war aber beim Nagellack mit drin sortiert. Und den habe ich, Nagellack habe ich aufgemacht, erstmal zur Seite gestellt. Findet ihr bei Instagram die Nagellacke, alle Farben dann in den nächsten Tagen. Und dann dachte ich, was ist das denn? Look at this. Ein Under Eye Brightener. Instant Awake. Und als ich das Ding aufgemacht habe, fiel es mir sofort wie Schuppen von den Augen. Kennt ihr dieses Töpfchen von Becca? Becca gibt es ja so nicht mehr. Es gibt das Produkt jetzt von Smashbox. Es ist aber sehr, 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 sehr teuer. Ja, ich habe es jetzt zweimal in derselben Farbe. Ich kann mir vorstellen, dass es das nochmal in einer anderen Farbe gibt. Ich bin hier auch gestern schon reingegangen, weil es hat sofort meinen Namen gerufen. Und ich hole euch ein Stückchen heran. Das Ganze ist mit Shea Butter formuliert und soll ein pflegender Unteraugenaufheller mit Shea Butter sein. Ist auch vegan, sieht so aus. Kommt hier in so einem Glasflakon und ist extrem schmelzend. Also sobald du reingehst, siehst du direkt diese ganz, ganz zarte Formulierung. Für mich ist der jetzt ein Stückchen zu hell. Ich habe ihn gestern aber schon mal benutzt. Und schaut euch das einmal ganz kurz an. Das ist ganz verrückt, weil das... Ich benutze ja meistens den von Charlotte Tilbury hier. Der ist ja auch toll. Ich habe mir den jetzt tatsächlich neu gekauft, weil ich habe nichts beim Umzug verloren, außer das Produkt. Und das ist das, was ich jeden Tag benutze. Ihr kennt meine Augenringe ohne das Produkt. Das ist ein bisschen anders. Das ist wesentlich flüssiger und wesentlich weicher. Aber es sieht ganz schön unter dem Auge aus. Wir probieren es mal aus. Es ist jetzt sehr hell. Aber von der Textur her ist das so ein bisschen... Das ist nicht matt, so wie das von Charlotte Tilbury. Sondern das ist eher so ein bisschen reflektierend und ein bisschen cremiger. Was aber ganz verrückt ist. Es gibt nämlich auch einen neuen Concealer. Und die beiden in Kombination, ihr seht sofort den Unterschied. Ich habe hier... Wartet. Ich habe hier schon Color Corrector drauf. Welcome. Lass mal immer ganz kurz einziehen. Ich trage es auch gleich hier nochmal auf, dass ihr den Effekt von dem Produkt seht. Das schimmert so ganz leicht. Das ist aber nicht glitzerig. Also das ist ganz schwierig zu beschreiben. Es ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Ich bin mir sicher, dass es das noch in einer anderen Farbe geben wird. Und wenn ich schon Informationen habe, während ich dieses Video schneide, dann schreibe ich euch das. Für mich ist das jetzt ein bisschen zu hell. Aber wenn ihr das von Becker mögt und ihr sagt, ey, das ist mir ein bisschen zu teuer, holt euch das. Sobald ich das in einer anderen Farbe habe, vergleiche ich das auch 1 zu 1 mit dem von Becker bzw. mit dem von Charlotte Tilbury. Jetzt ist hier, seht ihr, meine Augenringe. Die sind natürlich extrem. Ich nehme jetzt das Produkt nochmal. Und das Schöne ist, dadurch, dass es halt so cremig ist, lässt sich das extrem gut mit dem Finger, aber auch mit einem Schwämmchen verteilen und kaschiert. Ich habe natürlich extreme Augenringe. Aber ihr seht auch hier direkt diesen Effekt, den es macht, auch wenn man mal so ein No-Make-Up-Make-Up-Day haben möchte. Das ist schon krass. Und die Haut sieht halt, ne, sie sieht halt nicht geschminkt aus, sondern das ist so leicht und so cremig, dass du halt da eigentlich nichts siehst. Jetzt ein transparentes Puder vielleicht drüber und du siehst halt einfach schon zehnmal wacher aus. Funktioniert mit Sicherheit auch in Kombination mit Concealer und das dann punktuell zum Auffällen, wenn ihr eine trockene, untere Augenpartie habt. First Impression jetzt hier, Freunde. First Impression. Das hat mich aber tatsächlich sehr gefreut, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum zum Geier hat noch keine Drogeriemarke eine günstige Alternative, wirklich eine Alternative dazu rausgebracht. Herzlichen Glückwunsch, Katrice. Ich würde sagen, ihr habt es geschafft. Und jetzt, Freunde, wird es spannend, denn wir haben hier den The Glowifier, ein Illuminating Primer mit Wassermelone-Extrakt. Und das ist so ein bisschen untergegangen im Paket, glaube ich, aber das könnte vielleicht sogar eins der spannendsten Produkte aus dieser Kategorie sein. Denn das ist ein Illuminating Primer, verlängert die Haltbarkeit von Make-Up, auf dem ganzen Gesicht auftragen für ein strahlendes Ergebnis. Allein unter Make-Up oder Puder verwenden, die Foundation mischen oder darüber auftragen. Universal Farbton. Vor Gebrauch schütteln. Das machen wir jetzt einmal. Hat mich so ein bisschen an den Hollywood Flawless Filter von Charles Tilbury erreicht. Ich swatch den jetzt einmal für euch. Gebt mir mal ein bisschen was hier auf meinen Handrücken. Farblich ist er recht universal, aber ihr seht sofort diese Reflektion. Wir tragen ihn mal so ein bisschen auf meiner Stirn auf. Da haben wir die meiste Fläche. Ja, das ist so ein richtiger Illuminating Primer, seht ihr sofort. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch recht viel hier. Ich klopfe mir das mal so ein bisschen punktuell als Highlighter hier auf. Also das ist ein klassischer Illuminating Highlighter bzw. Primer, der aber schon recht ähnlich zum Hollywood Flawless Filter ist. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Dupe bezeichnen, weil er dafür einfach auch vom Packaging und vom Effekt her ein bisschen anders ist. Aber kann ich mir gut vorstellen, das wirklich in der Foundation zu mischen, wenn ihr sagt, okay, im Sommer ist mir oder im Winter ist mir die vielleicht ein bisschen zu trocken, ein bisschen zu matt. Will ich ein bisschen mehr Glow reinmachen, beispielsweise die HD Liquid Coverage Foundation. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Für alle meine Concealer-Freundinnen und Freunde, ich habe auch hier eine Neuigkeit für euch. Und zwar gibt es einen neuen Concealer und zwar den Cover & Care Sensitive Fragrance-Free Concealer mit 16 Stunden Halt. Ich mache einmal ganz kurz meine Base und dann probieren wir den aus. Und so sieht das Ganze einmal mit Foundation aus. Ich muss sagen, die Haut fühlt sich sehr, sehr weich gezeichnet oder sehr, sehr prall an und die Foundation hat sich sehr schnell verteilen lassen. Auch in Kombination mit allen Pflegeprodukten jetzt. Das ist natürlich eine Menge und ich glaube, die Kombination muss gar nicht sein. Du brauchst nicht das Serum und die Creme und den Primer. Alles übereinander. Eins oder zwei davon reicht. Es hat aber funktioniert und die Haut sieht so aus, wie ich sie persönlich gerne mag. Jetzt kommen wir zum Concealer. Ich habe jetzt hier in Anführungszeichen nur vier Farben. Ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass es ihnen mehr Farben geben wird. Fünf Farben habe ich hier. Ne, vier. Ich kann mir vorstellen, dass der so ein bisschen angelehnt ist, beispielsweise an dem HD Liquid Coverage Concealer. Aber wirklich sensitiv gemacht, ohne Duftstoffe. Dermatologisch getestet für sensible Haut. Ein Correct, ein Concealer, der wasserfest ist. Klingt tatsächlich ganz spannend. Ich habe so ein bisschen Probleme bei Concealer. Oft oder im Herbst, Winter, dass mein Auge tränt und das könnte natürlich eine gute Lösung sein. Ich probiere jetzt mal die 30 und das Spannende ist, er hat auch so ein klassisches Concealer-Füßchen. Ich gehe jetzt mal hier unter meinem Auge lang, so wie ich es immer mache. Was mir bei dem aufgefallen ist, als ich ihn gestern am Handrücken geswatcht habe und so ein bisschen mit meinem Finger eingetumpft, der ist auch nicht so matt wie der Liquid Coverage Concealer. Ich weiß nicht, ob es nur eine Einbildung ist. Ich kann es euch gar nicht sagen. Der ist aber sehr, 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 sehr cremig. Der trocknet nicht so an. Also der wird nicht so selbst setting, oder so self setting, dass er einfach matt wird und ihr gar keinen Puder braucht. Braucht ihr vielleicht auch nicht. Aber ich habe es gestern nicht gesettet, weil ich es einfach testen wollte und er hat nicht gecreased. Auch in Kombination mit dem Under Eye Brightener. Nach zwei, drei Stunden sah es immer noch gut aus, außer in der Leadfalte. Da creased bei mir tatsächlich aber selbst Puder. Also das ist ganz normal. Ich hüpfe einmal zu meinem Microfiber Multitool Mini und blende mir das Ganze einmal aus. Wir schauen mal, wie die Deckkraft bei dem jetzt wirklich auch unterm Auge ist. Ich merke sofort, dass es... Man weiß gar nicht so oft, als sei denn man... Man konzentriert sich darauf, diese Duftstoffe in Concealern. Das ist wahrscheinlich bei mir oft das Problem. Auch beim Huda Beauty Puder, dass das so ein bisschen irritierend ist. Hier kann ich das aber direkt ins Auge geben, ohne dass es brennt. Und er deckt tatsächlich auch gar nicht schlecht ab. Also auch im direkten Vergleich seht ihr, wie deckend eine Schicht schon ist. Ich liebe diese Videos. Diese einfach First Impression mit euch auszuprobieren, euch die Produkte einmal vorzustellen. Und dann können wir in den nächsten Wochen einfach nochmal schauen, was sind die Produkte, zu denen ich jetzt am meisten greife. Ich lasse auch alle drei Kisten hier bei mir vor mir stehen, dass ich sie in den nächsten Wochen einfach ein bisschen genauer austesten kann. Deckkraft. Ich finde ihn so ein bisschen deckender sogar als den HD Liquid Coverage Concealer. Und er hat, und das finde ich bei dem ganz schön, er ist nicht matt. Also es ist kein Glitzer drin, aber er ist sehr, sehr feucht, sieht er aus unter den Augen. Und dadurch natürlich auch immer ganz schön, wenn man keine Foundation mag. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Ich habe im Moment von Make-Up Revolution diese Schätzchen hier, diese Revolution Man Skin Tint. Iconic. Die Kombination aus beiden Produkten. Wow. Wir machen mal die andere Seite. Und dann nehme ich mir jetzt nochmal eine andere Farbe, die 08W. Sieht ganz spannend aus. Oh, die ist sehr, sehr hell. Die gebe ich mir punktuell nur hier vorne mit rein. Wow, ich sehe snatched aus. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Concealer benutzt und ich muss sagen, es sieht trotzdem nicht cakey auf der Haut aus. Und das ist halt der Vorteil an der Textur. Ich fixiere mal mein Make-Up, mache ein bisschen Bronzer rauf und dann kommen wir zu komplett neuen Blushes. Okay, ich muss sagen, mir gefällt der untere Augenbereich sehr, 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 sehr gut. Schön aufgehellt. Es fühlt sich nicht trocken an. Und es hat jetzt auch nicht gecreased. Hier ist noch ein bisschen Puder dran. Ja, doch. Also sehr, sehr schön. Man sieht nicht unbedingt, dass eine zusätzliche Schicht Make-Up mit drauf ist. Nice. Wir haben sechs neue, beziehungsweise zwei Kategorien mit sechs verschiedenen, mit zwei unterschiedlichen Finishes. So rum. Wir haben die nagelneuen Air Blushes in sechs Farben. Einmal in Matt und einmal in Glow. Packaging von zehn. Fühlt sich sehr hochwertig an, obwohl es Kunststoff ist. Mikroplastik frei, vegan und cruelty free sowieso. Gibt es in sechs verschiedenen Farben. Ich blende euch hier mal ein paar Swatches ein. Ich weiß nicht, wie gut es rauskommt. Ich drehe sie im Nachhinein. Aber wir gehen einfach mal die Farben durch, dass ihr sie auch hier im Close-Up einmal sehen könnt. Und wir starten mit den Glowy Blushes in der Farbe Coral Sky. Da haben wir hier auf der einen Seite wirklich wie so einen Highlighter-Ton. Auf der anderen Seite einen sehr, sehr schönen pinken Ton. Ich schaue mal, wie stark schimmernd die sind. Ja, doch. Die haben so einen leichten Schimmer mit drin. Sie sehen sehr wet auf der Haut aus. Finde ich gar nicht so schlecht. Auf den ersten Eindruck. Wir haben die Farbe 020 Cloud Wine. Wesentlich, wesentlich dunkler, aber auch trotzdem mit einem helleren Part wieder. Das heißt, man kann so ein bisschen punktueller arbeiten. Außen vielleicht ein bisschen dunkler, innen ein bisschen heller. Und wir haben hier die Farbe 030 Rosy Love. Auch eine sehr, sehr schöne. Ich tendiere jetzt tatsächlich direkt zur 1. Die ist so ein bisschen heller. Probieren wir vielleicht auf der einen Seite gleich mal aus. Und dann haben wir auf der matten Seite auch drei Farben. Und zwar die 110 Peach Heaven. Sehr schöner Peach-Ton. Sieht tatsächlich auch einfach matt aus. Vom Finish her. Ja, man ist matt. Es ist gut pigmentiert. Wir haben als nächstes die Farbe Berry Breeze. Das ist so ein schönes, poppiges Pink. Auch die, glaube ich, da tendiere ich jetzt persönlich mal zu. Fühlt sich sehr, sehr weich an auf der Haut. Man sieht nur einen kleinen Unterschied. Sieht man nicht. Ich hoffe, man hat es in den Swatches gesehen. Was ich bei denen immer ganz spannend finde, ist, dass sie sehr leicht sind. Also, es gibt so einen Unterschied zwischen gebackenen und normalen Puder-Blushes. Bei Puder-Blushes kann es schnell ein bisschen pudrig aussehen. Das passiert bei gebackenen nicht. Deswegen werden wir das gleich mal austesten. Und auch hier wieder etwas dunkleres Spice Space. Die ist sehr, 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 sehr kühl. Also, wenn ihr eine sehr, sehr helle oder eine sehr dunkle Haut habt, könnte das ganz gut funktionieren, weil er einfach recht kühl ist. Bei Swatch sieht er schon wieder anders aus. Wir probieren jetzt einfach mal den schimmernden Blush zuerst. Ich nehme mir einen sauberen Pinsel und mische jetzt hier einmal so ein bisschen durch. Hat kaum Kickback. Ich klopfe einmal ab und platziere mir das Ganze hier so ein bisschen auf meinen Wangen. Und du siehst so einen leichten Touch. Also, das ist jetzt nicht ultra, ultra dunkel. Deswegen mische ich jetzt nochmal so ein bisschen Cloud Wine rein. Ist wesentlich dunkler. Und fokussiere das hier hin. Und da siehst du jetzt auch ein bisschen Pigment. Ich muss natürlich in der Kamera immer ein bisschen schauen, dass man das sieht. Sehr, sehr schön. Der Glow ist sehr zart. Ganz dezent. Aber man sieht ihn. Auf der anderen Seite schreit mich gerade die Farbe Berry Breeze an. Der ist matt. Und auch hier gehe ich mit einem sauberen Pinsel rein. Der nimmt auch gut Pigment auf. Platziere ich mir hin. Die sind wesentlich pigmentierter als die schimmernden Blushes. Das fällt mir sofort auf. Jetzt im direkten Vergleich sieht man auch einen Unterschied. Hier ist so eine leichte Bewegung mit drin. Hier ist er matt. Finde ich jetzt persönlich aber vielleicht sogar noch ein Stückchen schöner. Was sagt ihr? Welche Seite gefällt euch besser? Und so sieht das Ganze einmal aus mit den neuen Produkten fürs Gesicht vom Catrice Sorte. Mein Subdates 2022. Herbst und Winter. Wow. Was für ein Name. Freunde. Welche Seite gefällt euch besser? Matt. Schimmernd. Generell. Wie fandet ihr die Produkte vom ersten Eindruck? Habt ihr in der Kategorie schon ein Produkt, wo ihr sagt, na, das könnte vielleicht was für euch sein? Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Genauso wie wenn euch ein Produkt gefallen ist, wo ihr sagt, ah, das möchte ich nochmal ein bisschen genauer sehen. Dann schaut auf jeden Fall bei Instagram oder TikTok vorbei. Ich habe einen ganz krassen Contentplan für diesen Launch gemacht. Denn es fällt mir schwer, sehr viele Videos im Moment zu machen. Drei Videos die Woche ist eine Menge. Ja, und da freue ich mich natürlich, wenn ich so ein bisschen was an die Hand kriege an neuen Produkten. Und ihr mögt das natürlich auch. Abonniert unbedingt den Kanal. Kommt nächsten Mittwoch unbedingt um 19 Uhr wieder her, damit ihr den nächsten Teil nicht verpasst. Ich glaube, da sind wir bei den Augen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.